Was ist das Deutsche Kreisereich? Das Deutsche Kreisereich ist ganz gewiss nicht schuld an der Oktoberrevolution. Aber man kann sich schon die Frage stellen, was eigentlich geschehen wäre, wenn Lenin nicht mit dem blombierten Waggon durch Deutschland gereist wäre. Wenn die Reichsregierung nicht die Entscheidung getroffen hätte, Lenin zurück nach Russland zu bringen. Und wenn die Deutsche Reichsregierung kein Geld gegeben hätte für seine Partei und seine Bewegung, um Unruhe in Russland zu stiften. Das ist eine legitime Frage. Und wie immer ist vieles von Zufällen abhängig. Und ich würde ja die Frage so beantworten, dass wenn Lenin nicht mit dem blombierten Waggon durch Deutschland gefahren wäre, wenn er nicht in Russland gewesen wäre, wäre vieles ganz anders gekommen. Weil die meisten Bolschewiki, die in Petrograd saßen im Frühjahr 1917, eigentlich eher an einer Koalitionsregierung interessiert waren. Aber nicht an einem radikalen Umsturz, wie Lenin ihn vorsah. Lenin ist also die entscheidende Figur. Und offenbar hatten diejenigen, die den Entschluss trafen, ihn zu unterstützen, genau das im Blick. Sie erkannten, das ist ein Unruhestifter. Das ist einer, der wird alles in Unruhe bringen. Und er begann sofort damit, im April 1917, indem er verlangte, alle Macht in Räten zu geben und die Regierung zu stürzen. Im April lachten sie ihn noch aus. Im September 1917 lachte schon keiner mehr, weil es ihm gelang, nicht nur Unruhe zu stiften, sondern die Rassentiments und die Wut der Bauern und der Arbeiterbevölkerung gegen die demokratische, provisorische Regierung zu mobilisieren. Und in Berlin hat man das sehr genau wahrgenommen. Sehr früh kursierten im Außenministerium in Berlin Papiere, in denen stand, Lenin arbeitet nach Plan. Dennoch muss man sagen, dass Lenin keine Marionette der deutschen Reichsregierung war. Im Gegenteil. Man hat in Berlin diesen Mann völlig falsch eingeschätzt. Sondern man könnte eher sagen, Lenin machte sich die anderen zu geiseln. Weil er derjenige war, der alles auf eine Karte setzte. Die Deutschen wurden mit dem russischen Bürgerkrieg nicht glücklich. Und auch nicht mit dem Frieden von Brest-Litovsk. Und Lenin hat sozusagen aus der Anarchie und dem Chaos seinen Staat gebaut. Das haben sie in Berlin nicht begriffen. Was Lenin und seine Partei für... Also zu was sie bereit waren und was sie alles aufs Spiel setzten, um ihr Ziel zu erreichen. Deshalb glaube ich, sagen zu können, dass Lenin zwar mit deutscher Hilfe nach Russland gebracht wurde, dass sein Weg an die Macht aber völlig unabhängig von deutschen Interessen war. Und es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass Lenin sich aus Deutschland hat Befehle geben lassen, wie er jetzt im politischen Spiel verfahren soll. Deutschland war für die Bolschewiki überhaupt das allerwichtigste Land. Es war das Land von Karl Marx. Es war das Mutterland der Sozialdemokratie. Und es war das Mutterland des Marxismus. Lenin hat große Bewunderung für Deutschland gehabt. Das hing nicht nur mit dem Marxismus zusammen und den deutschen Sozialdemokraten, sondern auch die in Russland weit verbreiteten Stereotypen vom deutschen Ordnungssinn, vom preußischen Staat. In Staat und Revolution gibt es ja diese Passagen, wo Lenin also den Sozialismus nach dem Beispiel der Deutschen Post organisieren will. An einer Stelle schreibt er, ich verwandle Russland in ein preußisches Büro. Also diese Vorstellung, man könne von den Deutschen lernen, wie man einen Staat organisiert und wie man den Sozialismus in eine Form bringt. Davon war Lenin überzeugt. Dafür hat er die Deutschen bewundert, vor allem die deutschen Sozialdemokraten. Und umso größer war deshalb die Enttäuschung von Lenin, dass sich die deutschen Sozialdemokraten von ihm abwandten. Von seinem Fanatismus, von seiner Rücksichtslosigkeit und von seinen Diktaturfantasien. Karl Kautzki hat das sehr früh, 1919 gesehen, wohin das führen würde. Eduard Bernstein, der große Revisionist unter den Sozialdemokraten. Und all die anderen Sozialdemokraten, die mit dem Parlamentarismus ja durchaus positive Erfahrungen gemacht hatten, wandten sich von Lenin ab, weil sie erkannt hatten, sie konnten ihren Sozialismus durch Wahlen erreichen. Sie brauchten diese Diktatur des Proletariats nicht und diese Gewalt. Und deshalb waren Lenin und seine Anhänger enttäuscht. Nichtsdestoweniger glaubten sie aber, dass die Revolution in Deutschland unverzichtbar sein würde, um Russlands Sozialismus zum Erfolg zu verhelfen. Daran hielten sie weiterhin fest. Die deutschen Kommunisten waren ja doch zu Anfang der 20er Jahre noch eine relativ heterogene Gruppe, die nicht alle die gleichen Auffassungen hatten. Das Dilemma der deutschen Kommunisten bestand, glaube ich, darin, dass sie erstens mal eine Abspaltung der Sozialdemokratie waren und dass sie auf den Rückhalt Moskaus angewiesen waren, weil sie jetzt nicht die große Massenbasis hatten, die die SPD hatte. Das war eine junge Gründung, die zu Beginn der Weimarer Republik an Bedeutung gewann und die von Anfang an sehr stark auf den Rückhalt aus Moskau angewiesen waren. Deshalb sahen die deutschen Kommunisten, sie sahen gewissermaßen Russland als das Mutterland der Revolution. Und die Oktoberrevolution hat diese Leute zutiefst beeindruckt, weil man an Beispielen der Oktoberrevolution sehen konnte, dass eine entschlossene Gruppe ein ganzes Regime aus den Angeln heben konnte. Und das hatte zuvor noch niemand gemacht. Die Oktoberrevolution war in dieser Hinsicht keine Massenbewegung, sondern sie war das Ergebnis einer Revolte, die von einer entschlossenen Truppe vollzogen wurde und das größte Land der Erde ihren Willen aufzwang. Und das hat Kommunisten überall beeindruckt, aber am meisten, glaube ich, in Deutschland. Die deutsche Oktoberrevolution war tatsächlich etwas, was man 1923 für möglich halten konnte. Die Franzosen und Belgier besetzten das Ruhrgebiet. Es gab den passiven Widerstand im Ruhrgebiet. Die Inflation erreichte astronomische Höhen im Jahr 1923. Es gab überall Unruhen. Im Rheinland sogar Separationsbewegungen, die sie vom Reich abspalten wollten. Es gab in Bayern rechtsradikale Umtriebe, die dann später im Novemberputsch von Hitler und Ludendorff mündeten. Das Land war im Grunde, wie Lenin gesagt hätte, wenn er noch gesund gewesen wäre, war faktisch sturmabgeschossen. Und die Kommunisten, aber auch die Bolschewiki in Petrograd und in Moskau hatten das gut begründete Gefühl, dass man es jetzt wagen könne. Dass jetzt der Moment gekommen sei, wo sich die nationale Empörung der Deutschen gegenüber den Franzosen und den Belgiern und die sozialen Unruhen zu einer Revolte verbinden könnten. Und so wurde im Sommer 1923 in Moskau der Beschluss gefasst, der ging vor allem von Trotsky und von Karl Radek und anderen aus, die Revolte in Deutschland zu wagen. Das sollte nach dem Modell der Oktoberrevolution, sollte sich das vollziehen. Vor allem setzte man auf die Kommunisten in Thüringen und in Sachsen, die nämlich an der Regierung beteiligt waren damals, und auf die Kommunisten in Hamburg und im Ruhrgebiet. Interessanterweise war Stalin der einzige im Politbüro, der das nicht wollte. Weil er darauf gar keine Hoffnung setzte und weil er pragmatisch damit umging und, glaube ich, ganz richtig einschätzte, dass die Sowjetunion diesen Sozialismus würde alleine aufbauen müssen. Und so kam es auch. Und es kam deshalb so, weil die Aktionen vereinzelt waren. Sie waren nicht koordiniert. Die Unruhen in Sachsen, in Thüringen, blutiger Arbeiteraufstand, Kommunistenaufstand in Hamburg und im Ruhrgebiet. Und es konnte deshalb nicht gelingen, weil die Aufständischen im Gegensatz zu den Rechten eben keine Verbindung in die Reichswehr hatten. Die Sozialdemokraten hatten die Reichswehr unter Kontrolle. Es wurde der Ausnahmezustand über das ganze Reich verhängt durch Friedrich Ebert. Und indem der Ausnahmezustand verhängt wurde über das Reich, konnten Kommissare die Regierungen in Sachsen und Thüringen ersetzen und der Aufstand in Hamburg konnte blutig niedergeschlagen werden. Und da zeigte sich an diesem Beispiel, dass die Kommunisten isoliert waren. Sie waren komplett isoliert und sie hatten keine Möglichkeit, wie die Bolschewiki 1918, die Waffen der Soldaten in ihre Hände zu bekommen. Die Reichswehr war verkleinert worden. Das war im Grunde ein Berufsheer. Und im Gegensatz zu dem Heer, das die Bolschewiken unterwandern konnten 1917, waren das keine Wehrpflichtigen mehr und keine Arbeiterkinder mit Gewehren in den Händen. Und diese professionelle Reichswehr wurde mit diesen Aufständen relativ schnell fertig. Und das hat man in Moskau falsch eingeschätzt. Und man kann sagen, dass mit dem Ende dieser Revolte auch der Traum von der Weltrevolution zu Ende war. Und dann rief Stalin nach Lenins Tod den Sozialismus in einem Lande als die neue Parole aus. Und damit war klar, dass sie auf die Weltrevolution verzichten würden und sich auf die Sowjetunion selbst konzentrieren würden. Und das hat auch den Charakter des Sozialismus in der Sowjetunion vollständig verändert, weil er seinen internationalen Bezug mehr und mehr verlor. In Moskau kam das Politbüro zusammen und beriet über diese Frage und danach das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale. Und dort wurde der Beschluss gefasst, verschiedene prominente Kommunisten, unter anderem Karl Radek, Piatakow, Grigori Piatakow und Unschlicht, der zum Präsidium der Tschecher gehörte, in der Sowjetunion, nach Berlin zu schicken und den Aufstand zu organisieren, gemeinsam mit den Kommunisten. Also sie hatten die etwas naive Vorstellung, sie könnten also Emissäre, die schon Erfahrungen gesammelt hatten, wie man das machte und interessanterweise, dass sie den stellvertretenden Tschecherchef auch entsandten, um den deutschen Kommunisten zu zeigen, wie man es richtig macht. Das war eine sehr naive Vorstellung und das zeigt noch einmal, wie wenig Erfahrung diese Gruppe eigentlich mit dem deutschen Leben und mit der deutschen gesellschaftlichen Verfassung hatten, dass sie annahmen, sie könnten diesen Staat so aus den Angeln heben, wie sie das mit dem Staat der provisorischen Regierung in Russland gemacht hatten. Der deutsche Oktober hat, glaube ich, in vielerlei Hinsicht verheerende Folgen gehabt. Er hat einmal die Kommunisten, er hat einmal den Kommunisten klargemacht, dass sie nicht gewinnen können und er hat sie auf den Parlamentarismus verwiesen. Wäre nicht Stalin gewesen, hätte sich die kommunistische Partei Deutschlands vielleicht genauso, wie die sozialdemokratische in eine demokratische Partei verwandelt, die sich in Wahlkämpfen engagiert hätte, um Bündnisse zu schließen, Koalitionsregierungen einzugehen. Das hat ihr Stalin ja gewissermaßen verboten und sie auf einen fatalen Kurs der Konfrontation festgelegt. Und später hat Stalin sie ja noch gezwungen, die Sozialdemokraten als die vermeintlich schlimmste Konkurrenz gnadenlos zu bekämpfen. Das hat dazu geführt, dass die Nationalsozialisten im Grunde keinen organisierten Widerstand mehr zu spüren bekamen, weil Kommunisten und Sozialdemokraten sich nicht miteinander verbinden konnten. Auf der anderen Seite hat der Rote Oktober in Deutschland hat dazu geführt, dass die bürgerlichen Schichten von den rechten Parteien, von den Deutschen Nationalen Volkspartei, aber später von der NSDAP systematisch agitiert werden konnten im Hinblick auf die Rote Gefahr und auf den Umsturz. Sozusagen haben die Nazis und die Deutschen Nationalen sehr geschickt mit der Furcht der Bürger vor dem Schreckgespenst des Kommunismus und des Bolschewismus operiert. Und das hat dazu geführt, dass große Teile des eigentlich konservativen Bürgertums sich auf die Seite der Nationalsozialisten geschlagen haben, weil sie das in Erinnerung hatten und weil sie sich genau davor fürchteten. Und das ist im Grunde die Geschichte, die es Hitler ermöglicht hat, ins bürgerliche Milieu hineinzustoßen. Und deshalb war dieser Rote Oktober in vielerlei Hinsicht einfach ein tragisches Ereignis. der Rote Oktober und das ist ein der Rote Oktober in vielerlei Hinsicht und der Rote Oktober in vielerlei Hinsicht Untertitelung des ZDF, 2020